Das ist der Semity National Park. Sollte wieder ordentlich Bilder machen. Schon auf jeden Fall wieder mal sehr beeindruckend. Also ich habe gerade gemeint, die Jungs später noch ein bisschen krechseln. Für die Preisen hier auf dem Channel ein bisschen klettern. Das hätte schon was. Da so. Pipapo. Hier sind die Lower Folds. Und Flo, gibt es sicher irgendwo am besten Wasserfall, ne? The Endings hardest to say. Das war gesucht ab. Ich brauche noch ein bisschen. Woah, woah. Ein Kampf bis hierhin. Ich bin mir dieses Cario. Ich habe mir das Paparazzi hier. Paparazzi, Paparazzi, Paparazzi. Woah. Good boy. Das ist schon so gut. Holy shit. Nach unserer kleinen Cario-Einlage vorher haben wir uns gedacht, da mal wieder was zu essen, ist ja klar. Und uns ist aufgefallen, wir sind schon viel zu lange in Amerika und haben viel zu wenig Burger gegessen. Also, jetzt ein Squeeze Burger. Soll richtig geil sein. Schauen brutal aus, die Burger. Western. Barbecue. Der Otto hat einen Double. Barbecue Cheats. Und der Flo hat einen normalen, glaube ich, mit Avocado. Avocado. Keine Avocado. Und zusammen teilen wir uns die Siskartoffel-Fries. Burger beim Squeeze Burger waren auf jeden Fall geil. Und der Cheese war richtig crispy. Und preislich ging es eigentlich auch. Wir haben ca. 15 Dollar gezahlt. Aber so richtig geflasht hat er uns dann doch nicht. Also nächstes Mal wieder Pizza. 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 goed. halfway hairklichakt. På宇宙 um die Rog." hr tonne lim. 영화 Hb im Vielen Dank.